Falls wir Sie auffordern müssen, das Flugzeug schnell zu verlassen, verfügt diese Maschine über acht Ausgänge. Zwei im vorderen Bereich, vier Notausstücksfenster über den Tragenflächen und zwei Züge im hinteren Bereich. Alle Ausgänge sind deutlich mit dem Bad Exit gekennzeichnet. Am Boden befindliche Lichtleisten leuchten im Notfall auf und weisen ihm den Weg zum nächstgelegenen Ausgang. Persönliches Handgepäck lassen Sie in jedem Fall in der Maschine zurück. Über aufblasbare Rutschen an den Türen oder über die gekennzeichneten Fluchtwege auf den Tragflächen verlassen Sie das Flugzeug in einem Notfall. Bei einem Druckverlust fallen Sauerstoffmasken aus den Fächern über ihn. Ziehen Sie eine Maske zu sich heran und drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase. Atmen Sie ruhig weiter. Erst dann helfen Sie mit Reisenden. Wir möchten Sie nun mit dem Gebrauch der Schwungbeste vertraut machen. Sie befindet sich unter Ihrem Sitz. Auf Anweisung der Kabinenbesatzung nehmen Sie diese heraus. Ziehen Sie dann die Schwimmbeste über Ihren Kopf und führen Sie das Band hinter den Rücken nach vorn. Stecken Sie die Schnalle in den Verschluss und ziehen Sie das Band fest. Bitte laden Sie die Schwimmbeste nicht im Flugzeug auf. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an beiden roten Griffen um die Weste aufzupassen. Sie hat zwei seitliche Mundstücke zum Hinzufügen sowie Ablassung von Luft dienen. Eine Signalmanbe leuchtet automatisch auf, sobald sie mit Wasser in Berührung kommt. Beachten Sie, dass an den Tragflächen Notausgängen die Weste erst draußen aufgeblasen werden. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Rauchen während des gesamten Aufenthaltsanbau nicht gestattet ist. Alle Waschräume sind mit Rauchmeldern ausgestattet. Wir sind zum Start bereit. Bitte klappen Sie Ihre Tische hoch, bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Position und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Abschließend möchten wir Sie auf die Sicherheitskarte aufmerksam machen. Diese enthält wichtige Informationen über unsere Sicherheitsausrüstung und Notfälle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben eine sehr froh, 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 eine sehr froh. Ich wünsche Ihnen eine sehr froh, eine sehr froh, eine sehr froh. Ich wünsche Ihnen eine sehr froh, eine sehr froh, eine sehr froh. Ich wünsche Ihnen einen sehr froh, ein sehr froh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020